Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Sonnefrei Haus. In diesem Video werde ich den Monat März betrachten und dir meine nach Südwest ausgerichtete BV-Anlage mit 8,75 Kilowatt Peak Leistung vorstellen. Ich werde darauf eingehen, was ich mit der Photovoltaikanlage erzeugt habe und wie viele Kilowattstunden pro installierter Kilowatt Peak Anlagenleistung im März erzeugt wurden. Dabei gehe ich darauf ein, wie hoch mein Eigenverbrauch war. Ich werde dir erzählen, wie viele Kilowattstunden ich einspeisen konnte und vor allen Dingen, wie es geklappt hat, mein Elektroauto mit Überschussstrom direkt zu beladen. Das alles wird Thema in diesem Video und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt gerne dran. Teil auch gerne deine eigenen Erfahrungswerte und schreib mir unten einfach in die Kommentare rein. Ich freue mich tierisch über den Austausch mit dir und jetzt wünsche ich dir viel Spaß in diesem Video. Lass mir gerne einen Daumen hier und wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Viel Spaß und los geht's! Den Monat März 2023 nehme ich jetzt hier gleich in den Blick. Noch kurz vorweg, wenn du selbst gerade eine Anlage planst und du Eigenheimbesitzer bist, die aber unsicher bist, ob eine Photovoltaikanlage für dich überhaupt in Frage kommt und Sinn machen kann, dann lad dir doch gerne meine kostenlose PV-Checkliste auf meiner Webseite www.sonnefreihaus.de herunter. Und auf meiner Seite kannst du da übrigens auch dich dann unverbindlich auf die Warteliste für meinen Photovoltaik-Online-Kurs anmelden. Der geht jetzt im April an den Start. Jetzt aber zum März. Für diejenigen, die meine Anlage noch nicht kennen, wiederhole ich ganz kurz, was ich hier installiert habe. Ich habe 8,75 Kilowatt Peak PV-Generatorleistung, habe 27 Module mit je 325 Watt Peak auf dem Dach installiert und ich habe mittlerweile zwei Speicher à 10 Kilowattstunden, die insgesamt also eigentlich mit 20 Kilowattstunden für meine PV-Anlage hier zu groß sind. Das ergab sich dadurch bei mir aber hier, dass ich ein Dauertestgerät bekommen habe, das steht hier hinter mir. Und wie du die richtige Speichergröße für dich errechnen kannst, damit diese dann auch wirtschaftlich ist, das zeige ich dir übrigens unter anderem auch im Online-Kurs. Dadurch, dass hier zwei Speicher betrieben werden bei meiner Anlage, sind die Daten aus meiner MySonnen-App nicht mehr so ganz aktuell und ich pflege deshalb eine eigene Datei. Das zeige ich dir, da übernehme ich die Daten aus dem Zweirichtungszähler. Das einmal kurz vorweg, damit dir klar ist, welche Daten ich hier eigentlich nutze, um zu rechnen. Übrigens, im März, beziehungsweise Entschuldigung, im Februar hatte ich ja hohe Verluste im System, das liegt am Standby-Betrieb des Speichers oder der Speicher. Ca. 30 Watt bei der Eco 8 und etwa 50 bis 70 Watt bei der Sonnenbatterie 10 Performance. Da ich im Februar zwei Wochen abwesend war, fiel das relativ deutlich ins Gewicht und ebenso die dauerhaft niedrige Last, die da lief. Die Auswertung für März sieht deutlich besser aus und das zeige ich dir gleich. Werde dir dann auch zeigen, wie viele Kilowattstunden pro Kilowatt Peak ich erzeugt habe. Das zeige ich dir dann auch im Zusammenhang mit der Zusammenfassung des Monats am Ende des Videos und werde jetzt gleich erstmal Tag für Tag durchgehen und dir da zeigen, wie es mit dem Überschussladen übrigens aktuell trotz defekter Wallbox geklappt hat und wie viele Kilowattstunden an den einzelnen Tagen überhaupt erzeugt wurden. Außerdem zeige ich dir dann, wie es an den einzelnen Tagen mit den zwei Speichern funktioniert hat. Also mal insgesamt, glaube ich, ein ganz spannender Blick darauf, wie so dieses System hier aufgebaut ist und funktioniert im Alltag dann performt. Mein Fokus liegt vor allem darauf, immer den Strom, der bei mir in der PV-Anlage erzeugt wird und zur Verfügung gestellt wird, bestmöglich zu nutzen. Sofern ich also zu Hause bin, schalte ich meine Verbraucher ganz gezielt dann an, wenn ich Leistung von der PV-Anlage direkt nutzen kann. Das Verbrauchsprofil ist ja doch auch sehr entscheidend tatsächlich für die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage. Was bringt es, wenn du nicht da bist und deine Anlage die ganze Zeit Strom erzeugt? Also den Strom direkt zu nutzen, macht am meisten Sinn und das konnte ich jetzt im März auch ganz gut machen, zeige ich dir. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt direkt mal im Rechner oder am Rechner an. Dann schauen wir uns mal den 1. März direkt an mit einer tollen Erzeugung von 27 Kilowattstunden, ein guter Start in den Monat und ich konnte meinen Strombedarf von 9,8 Kilowattstunden hier zu 94% durch die PV-Anlage und den Speicher abdecken. Gegen 17 Uhr sehen wir hier einmal kurz die Initialladung des Elektroautos. Hier ging meine Wallbox noch, dazu aber später mehr. Der 2. März, den schauen wir uns hier an. Da war ich nicht zu Hause, daher habe ich das Haus trotz geringer Erzeugung von 5,3 Kilowattstunden und einem Verbrauch von 5,1 Kilowattstunden gut versorgen können. Ein sehr ähnliches Bild dann hier am 3. März, jedoch mit geringfügig höheren Erzeugungen von 7,5 Kilowattstunden. Am 4. März, da war ich dann bei Timo, um seine PV-Anlage mit Windrad zu filmen. Das Video verlinke ich dir hier oben gerne auch mal rechts. War wirklich sehr interessant, diese Anlage, daher auch kaum Verbrauch hier bei mir und allerdings auch nur eine Erzeugung von 5 Kilowattstunden. Das siehst du an dem relativ geringen Verlauf. Am 5. März kam ich dann zurück und das sieht man auch direkt am Verbrauch. Dieser stieg auf 8,9 Kilowattstunden hier am Abend dann direkt zu sehen. Die Erzeugung von 9,4 Kilowattstunden reichte zusammen mit dem Speicher aus, um 93% Autarkie zu erreichen. Der 6. März dann, da startete der mit Netzbezug, da der Speicher leer war. Dann konnte ich aber im Tagesverlauf meinen Verbrauch in die Stunden legen, in denen der Strom erzeugt wurde. Somit konnte ich dann den Bedarf von 15 Kilowattstunden noch zu 88% abdecken. Am 7. März wurde der Speicher dank einer Erzeugung von über 17 Kilowattstunden dann mal wieder komplett beladen, auf 100%. Dann musste aber am Folgetag mein E-Golf beladen werden, das dann auch zu großen Teilen aus dem Speicher, siehst du hier. Insgesamt ein Verbrauch von 19,4 Kilowattstunden und aber trotzdem etwa auf 85% Autarkie. Der 9. März war dann mit einer Erzeugung von 4,8 Kilowattstunden eher mau und ich musste wieder laden, was einen Verbrauch von 21 Kilowattstunden mit sich zog. Und an diesem Tag musste ich also viel aus dem Netz beziehen. Das ließ ich nicht vermeiden. Der Speicher wurde gegen Mittag mal kurz bis 20% beladen. Der 10. März war super dunkel und ich hatte nur 0,8 Kilowattstunden Erzeugung, also 99% Netzbezug. Solche Tage gehören im März noch zur Normalität dazu. Dafür war dann aber der 11. März. Mit 33,2 Kilowattstunden Erzeugung ein toller Tag und beide Speicher wurden hier auch beladen. Zudem habe ich den E-Golf beladen und konnte so bei 20 Kilowattstunden Verbrauch auf über 80% Autarkie kommen. Der 12. März war wieder ein eher normaler Märztag mit 9 Kilowattstunden Erzeugung und 5 Kilowattstunden Verbrauch. Der Speicher wurde hier auf 68% dann beladen. Am 13. März musste ich den E-Golf dann mit dem Adapter über die Schuko-Steckdose laden. Was du hier ab 9 Uhr morgens sehen kannst. Meine Wallbox hatte sich in der Zwischenzeit leider verabschiedet. Ich hatte 22 Kilowattstunden Verbrauch, 14 Kilowattstunden Erzeugung und konnte somit über 70% des Stroms selbst bereitstellen. Der 14. März war wieder ein eher normaler Durchschnittstag mit knapp 10 Kilowattstunden Erzeugung und 8,3 Kilowattstunden Verbrauch. Der Speicher ist gegen Mitternacht noch etwa bei 14% und hält dann bis 5,30 am Folgetag. Dieser war dann mit 25,9 Kilowattstunden Erzeugung insgesamt und einem Verbrauch von 23,5 Kilowattstunden wieder ein Tag, an dem ich den E-Golf mit dem Sonnenstrom geladen habe. Da auch der 16. März war mit 97% Autarkie bei einer Erzeugung von 23,2 Kilowattstunden und einem Verbrauch von 23,1 Kilowattstunden ein Tag, an dem ich viel Eigenstrom genutzt habe. Daher wurde der Speicher auch wieder nur bis etwa 75% beladen, trotzdem eine gute Erzeugung da war. Am 17. März wurde tagsüber viel Strom erzeugt, jedoch fand mein Verbrauch erst am späten Nachmittag, siehst du hier, statt. Und dann am Abend nochmal, daher wurde aus dem Speicher geladen und ich bin mit nur 23% Ladestand in den Abend gegangen. Und so geht es dann auch weiter am 18. März, wieder mit 26,5 Kilowattstunden eine gute Erzeugung, aber auch ein hoher Verbrauch von 17,6 Kilowattstunden. Insgesamt 85% Autarkie an diesem Tag. Der 19. März, dann wieder 96% Autarkie, da sieht man, dass der Speicher ganz gut was geleistet hat. Am 20. März war wieder ein lichtschwacher Tag und die Erzeugung von 4,1 Kilowattstunden reichte bei einem Verbrauch von 9,6 Kilowattstunden nur für 63% Autarkie. Dann haben wir den 21. März, der sah dann noch schlechter aus. Hier habe ich dann versucht, keinen Strom für zum Beispiel das Elektroauto zu nutzen. Immerhin noch 25% Autarkie bei 9,2 Kilowattstunden Verbrauch und 3,3 Kilowattstunden Erzeugung. Am 22. März liefen dann mal die Waschmaschine und der Trockner und damit dann knapp 10 Kilowattstunden Erzeugung und 10 Kilowattstunden Verbrauch kam ich insgesamt auf 77% Autarkie. Am 23. März wurde der Speicher dann mal wieder mit 6,5 Kilowattstunden beladen, also auf 65% hier. Und ich konnte den Bedarf am Abend wieder gut decken und mich sogar bis zum nächsten Tag dann aus dem Speicher versorgen, das siehst du hier. Am 24. März wurden 25 Kilowattstunden erzeugt und ich konnte damit bei einem Verbrauch von 22,1 Kilowattstunden auf 96% Autarkie kommen. Der 25. März war wieder eher verhalten, ich konnte aber dank des Speichers über 80% Autarkie erreichen. Am 26. März dann, da gab es die Zeitumstellung, deswegen hier diese Lücke, hatte ich mit knapp 20 Kilowattstunden wieder einen recht hohen Verbrauch durch das Laden. Mit 29,6 Kilowattstunden Erzeugung und dem direkten Beladen des Solarstroms in das E-Auto kam ich hier aber bis auf 3% Netzbezug super über den Tag. Das waren 97% Autarkie. Am 27. März ging die Erzeugung dann auf und ab, das siehst du hier mal komplett aus, mal viel Erzeugung, also es war sehr wechselhaft an dem Tag. Ich habe das Auto geladen und der Speicher hat dann die Momente hier ganz gut überbrückt, sodass ich keinen Netzbezug hatte oder wenig. Ich kam bei 20 Kilowattstunden Verbrauch wieder auf 96% Autarkie. Ein ähnliches Bild dann am 28. März. Der 29. März war durchwachsen, trotzdem ich 12,3 Kilowattstunden verbraucht hatte, bin ich bei 13,6 Kilowattstunden Erzeugung auf über 95% Autarkie gekommen. Der 30. März war dann vom Verbrauch her recht ähnlich, aber mit einer Erzeugung von 21 Kilowattstunden deutlich besser. Ich habe das Auto nicht laden müssen, sodass auch die Eco 8 mit 8 Kilowattstunden beladen wurde. Somit kann ich dann voraussichtlich die nächsten zwei dunklen Tage, die hier bevorstehen, inklusive heute halt, gut aus den Speichern abdecken. Heute ist übrigens der 31. Das ist jetzt heute und da wird nicht mehr viel passieren, daher drehe ich jetzt auch schon und hiermit hast du nun einmal einen Überblick über meine einzelnen Tage im März. Und jetzt gleich gehe ich einmal in die Auswertung von März rein. Das ist jetzt hier die besagte Datei von März. Ich habe die Erzeugung eingetragen, den Verbrauch und den Eigenverbrauch. Dann habe ich das berechnet, wie viel ich aus dem Netz bezogen habe anhand der Daten vom Zähler. Habe auch die Netzeinspeisung eingetragen und dadurch dann die Werte hier erhalten. Ich hatte also eine Autarkie von 79%. In der Realität hatte hier trotzdem, ich jetzt hier war und den Stromanlass tatsächlich nutzen konnte, einen Verlust trotzdem noch von 15%. Also 71 Kilowattstunden in etwa, das finde ich nach wie vor recht viel. Liegt einfach an den Standby-Bezügen der Batterien, hatte ich eingangs erwähnt. Und ich habe hier also eine Erzeugung in diesem Monat gehabt von 52 Kilowattstunden pro installierter Kilowattpeak-Anlagenleistung. Ich freue mich übrigens, nachdem ich dir meine Daten gezeigt habe über deine Erfahrungswerte. Trag sie doch einfach unten gerne in die Kommentare ein und ich freue mich nämlich davon, die zu lesen. Und übrigens die Community auch. Der Austausch ist super interessant für alle, die sich für dieses Thema interessieren. Und vor allen Dingen für die, die einsteigen, neu sich mit der Thematik befassen und vielleicht sogar gerade über eine Anlagenanschaffung nachdenken. Also lass uns gerne hier einen Austausch stattfinden lassen und uns gegenseitig helfen. Das finde ich super spannend und super wichtig. Und wenn du total unsicher bist, nicht weißt, welche Komponenten du auswählen sollst, weil so viel am Markt ist, du nicht weißt, welche Speichergröße das Richtige ist, wann sich deine Anlage amortisiert, möchtest du gerne vor der Anschaffung wissen, dann geh in Kontakt mit mir auf www.sonnefreihaus.de, mach einen Termin aus und ich berate dich individuell, damit du eine Anlage bekommst, die zu deinen Bedürfnissen passt, sodass du zufrieden bist, teure Fehler vermeidest und vor allen Dingen dann auch langfristig mit diesem Investment in deine Photovoltaikanlage und deine eigene Stromerzeugung zufrieden bist. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute, freue mich über einen Kommentar, über ein Like und auch über ein Abo. Bis bald, sonnige Grüße.